Rot präsentiert die neue Cariba Move, eine Glasdusche, die Rot speziell für die Montage auf flachen Duschwannen oder gefließten Böden entwickelt hat. Die Cariba Move hat eine Standardhöhe von 2 Meter. Das Besondere an der Cariba Move sind die wegfaltbaren Echtglas-Falttüren, die mit einem innenflächenbündigen Türbeschlag ausgestattet sind. Diese Türbeschläge haben eine Hebesenkmechanik, sodass man die Türen zusammenfalten kann und die Türelemente wahlweise 90 Grad nach innen oder 90 Grad nach außen zur Wand hinwegfalten kann, um insbesondere in kleinen Bädern mit wegfaltbaren Glasduschentüren große Bewegungsflächen zu schaffen. Das Besondere an der Cariba Move ist zusätzlich, dass die Türelemente mit und ohne Festelement montiert werden können. Der Vorteil des Festelementes ist, dass Einbausituationen mit Dachschräge oder mit Sitz oder mit Duschreling in der Dusche optimal ausgestattet werden können. Die neue Cariba Move Echtglasdusche hat 6 mm Glasstärke, Hebesenkmechanik in den Türbeschlägen und in den Profilen und hat werkseitig einen hohen Vormontagegrad, sodass die Montage für das SHK-Fachhandwerk einfach und problemlos möglich ist. Auf Wunsch des SHK-Fachhandwerkpartners bietet Rot für das komplette Glasduschenprogramm auch einen Aufmaß- und Montageservice, der sowohl die technische Aufnahme der Badsituation im Bad aufmisst und auch auf Wunsch die Montage komplett durchführt. Cariba Move, das neue wegfaltbare Glasduschenprogramm von Rot.